Das ist der letzte Wort unter Leech, Alter. Hätt die Mentors jetzt nicht gefunden, hätten wir da wirklich gewonnen, aber ja. Denk dran, nicht flüstern. War einfach lame. Es macht halt einfach keinen Spaß mehr. Oh Mann, ey, ich rasch komplett gegen die Wand. Zur Rückrufe, aber muss einfach mal meine Macht breiten lassen. Oben rechts. Ja. Schon nichts. Schon wieder ein Buster. So. Was mache ich hier? So. Eine neue Runde Among Us. Ja, ja. Neue Tasks. Minus 33 Grad, ich werde bekloppt. So. Hier habe ich Mentors ab und nach links. Der Mentors folgt mir. Das kann ja nicht gut enden. Elf nie. Mach du. Oh nein. Es sind doch beide. Ich bin jetzt gleich tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von sowas von tot. Nein. Hau dich mir ab. Lass mich in Ruhe. 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 ab heute ab heute ab heute ab ich mache ja ganz unbeschaltener bürger hier ich bin unbewaffnet ich bin ich bin ganz unwehrsam ich bin ich bin werlos ist es werlose unbewaffneter er könnte mich nicht töten es geht nicht lasst es bleiben nein 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 ich mache keinen applaus task seid nicht solche angst ich habe keinen task nein lasst mich in ruhe meine wasser hartstask machen lasst mich in ruhe fertig werden nicht gehen ich tue doch keiner fliege was zu leiden lasst mich in ruhe gut ich konnte gerade reporten elf nicht schon liegt in eine sorge weniger storage ich hatte gerade so angst vor mindestens charlie gerade da reingelaufen ich hatte gerade so angst vor mindestens charlie der mich die ganze zeit verfolgt angst das ist für viel auch direkt vor mir zu sich kann vermuten dass der imposter noch an elektrisch drin ist weil direkt als ich zu einer tür war ist die tür zugefallen spricht eigentlich gegen charlie wenn sie will wenn etwas ist tot dass das ist das wäre ja blödsinn das wäre das ist ja ihr könnt ihr mich kurz aufklären warum charlie und mentors sind mir die ganze zeit gefolgt und wenn jetzt wenn das und charlie imposter sind das ist ja das ist ja dann dann müsst ihr charlie mentors getötet haben das ist ja das ist relativ unsinnig wer hätte überhaupt nicht okay wir können übrigens nicht hören oder ich höre ihn auf jeden Fall nicht ich höre ihn auch nicht aber laut huling ist er jetzt da hallo ja jetzt können wir nicht hören es ist wieder da ja jetzt wieder da ja jetzt wieder da ja 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 den worten wir jetzt raus wir wollen wir wollen wir sind acht leute oder nicht 8 leuten es war ein scherz es ist immer goku das geht halt gar nicht ich fühle jetzt einfach charlie roten weil ich angst vor ihr habe das ist nicht weil ich irgendeinen grund habe aber das ist es ist ja die ganze runde verfolgt leute leute ich musste es ist macht mir angst es macht halt so viel spaß es lasst mich doch in ruhe ich mache ich meine letzte task oben in der laboratory ich gehe da jetzt hin lasst mich am leben ich will doch hier meine arbeit verrichten hier das ist ich will doch ein braver arbeiter sein ich will doch hier nichts wenn jemand etwas böses ich will ich will doch die anderen und lasst mich in frieden ich habe einen tag fertig was machen wir jetzt uns töten lassen ja moin und machbar wenn man mit den tasks fertig ist leitfixen gehen die tür ist zu der nächste tür ist auch zu ich war neben gelaufen ich mach mal licht an dank schön ich gehe in cams und fertig mit den tasks ich gehe in cams schaue mich um da passiert doch was kam es sind und goku miteinander unterwegs muss doch was schief laufen oha eine braune leiche und sammeln guck mal unterwegs oha ich gehe mal die leiche reporten wo charlie was möchtest du uns beteilen also ich glaube ist es sind ich würde ich würde sagen dass goku weil ich habe goku events in cams gesehen ich habe ich habe tobi auf dem boden tot gesehen und goku stand in der nähe drüber muss es noch nicht gewesen sein aber ein kopfhörer kurz umgelegt weil ich den fallström drauf hatte kannst du mal kurz noch mal wiederholen was was die liegt in dem raum wo lifelines ein bisschen weiter runter so ok da liegt auch goku da liegt auch tobi liegt da nicht nur goku und goku habe ich wo soll denn da goku liegen zwerge ja nicht goku sondern tobi und goku habe ich in cams dort ich habe in wagen cams habe reingeguckt ich habe goku über den leichen stehen sehen muss nichts heißen er kann auch nur ach so ist es halt nur ja gut kann es aber so ein bisschen ja was redest du ich sage ich stand gerade in cams drin und habt ihr habt ihr habt halt gesehen dass die braune leiche neben dingen zu dem live hat den goku habe ich direkt daneben gesehen ja dann würde ich das wäre die ausschließen und ich meine halt goku übersehen zu haben das ist doch nicht das ist was wer meinst du denn wer ist es kann halt doch komplett inzahlen aber ich weiß nicht also felix schießt halt mit grund auf mich aber ich weiß halt nicht ich habe es in chat geschrieben ja ich weiß ja kami meinte sie folgt mir aber sie ist halt in office reingegangen und ich halt nicht und weil sie halt an lifeline checken wollte jetzt würde ich mehr sagen goku weil wenn zwerge sagt goku stand in den leichen nur weil zwerge das jetzt sagt weil der an cams war ja ja an cams macht halt sinn wenn ich mich nicht komplett geirrt habe dann wenn ich glaube noch dran ist ja aber sky hat doch gerade gesagt er ist im ja das macht zwerge nicht zwerge ist ich glaube du für sowas ok das stimmt auch wieder nicht ja das wäre gebraucht und guckung ja wahrscheinlich wenn er es jetzt nicht war dann habe ich mich halt da habe ich mich drastisch verguckt das ist halt irgendwie da habe ich mich ja wirklich veräldert ist ich sage nur das was ich gesehen habe das ist auch nicht sowieso verloren aber gut und können die auch trüben die augen sind der schwächste der schwächste das schlechteste sind also der sehner was das ist das schlechteste das am leichtesten zu trüben und zu trüben durch zu hinterlisten sind es auch gar das ist halt kannst du halt schon mal was falsches sehen das ist halt durchaus die augen kannst du da kann schon mal passieren dass du was siehst was du nicht siehst oder was nicht siehst was du siehst versteht wahrscheinlich nicht aber da haben sie doch gerade wirklich abgesprochen games schau mal hier was ist hier los als ob die haben sich doch gerade abgesprochen wochen und sven sind es gewesen als ob jetzt wird es auf charlie geht schon und ich habe auch noch gut geschuldigt sei ich habe doch gehört wie sie schon gesagt haben wir haben sich doch abgesprochen wir killen jetzt den und dann beschuldigen wir an den anderen was machen sie jetzt genau das machen sie jetzt genau das machen sie ist ich würde erst mal sind ja es kann nur charlie haut den blauen raus und ich standen gerade es wird ein 2-2-vote es standen halt wirklich davor Felix glaub mir es wird ein 2-2-vote auf jeden Fall einer von beiden spielt wahrscheinlich gerade wieder dritten im poster ja ich denke mal dass ich denke mal das geister dritte imposter ja es werden ist der zweite einfach auch einfach wegen dem k-meeting vorhin und ich habe gemacht ja ich habe geschossen sind uns gar sind vorhin da höhere office rumgelaufen ja 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 gesehen und dann haben sie wahrscheinlich verabredet irgendwie ja ja weil wir diskutiert haben was sein kann dachten wir du bist es Felix aber ja charlie die haben jetzt beide sowieso auf dich gewartet ähm von daher bringt es nix wenn wir Sven voten dann bitte also ich habe halt Sven gewartet ja es geht aber schneller wenn ich jetzt dich vote und die dann nur noch einen kill brauchen weil so sparen wir dann sparen wir eine runde das geil hat sich eh schon entschieden gut dann dann lasse ich mich schnell töten ach er ist oh er gibt auf oh man er ist schade rausgebotet wir leben noch also ich lebe nicht aber die runde ist noch nicht vorbei wie das was machst du hier da verfolge ich dich hier aber mal ein bisschen mentos und charlie haben mich in der ersten runde jetzt in der ersten sache jetzt hier schon ziemlich dem schon ziemlich die haben sich ziemlich sass gemacht weil sie mich verfolgt haben Sven und Goku habe ich Goku doch richtig verdächtigt Sven und Goku aber Sky war jetzt zum ende doch ein bisschen sass das hier ja also nicht sorry Goku das war schon das also ich dachte ich habe schon an eine unschuld geglaubt also ich möchte gerne es gab schon bessere dritte imposter muss ich sagen das war ja gerade das war ja Sky der dritte imposter ich habe doch genau dasselbe mit charlie gemacht was willst du denn jetzt hey charlie hat gelacht als Felix neben ihr gestorben ist und hat nichts gesagt alter ja ja und jetzt wollt ihr das extra dann auch so machen oder was nein 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 weil Sven gesagt hat er ist komplett abgefuckt und warum weil ich den Goku doch richtig verkauft wir haben es doch verschissen der überraschungseffekt war weg habe ich es doch richtig gesehen den Leich und den Goku und ich wollte mich schon entschuldigen ja aber man zwei schöne runden zwei schöne runden Sven zwei drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020